Wer haben wir denn da besucht? Die von Katrin, wer hieß sie? Karin. Karin, ja. Da weiß ich gar nicht, aber doch niemals mit dem Prinz. Nee, da waren wir bei Seeland. Bei Seeland? Ich war da sechs Wochen in Ferien. Bei Seeland. Ja, warte mal. Aber bei Katrin waren wir doch auch. Ja, mit meinem Auto, ja. Wir sind dich doch mal besucht bekommen. Da hast du noch oben am Speicher geschlafen. Ja, klar. Kannst du dich erinnern? Ja. Ich weiß wohl, dass du da hinten, da hast du auch gearbeitet als Metzger? Ja. Weißt du noch? Ja. Da hat er aber viel ehrlich gesagt. Mit wem? Mit Niki. Wer hat viel Ähnlichkeit mit Niki? Ja, mit Niki. Ja. Das ist er ja auch. Das ist er doch. Aber das ist er. Das ist er. Nicht lauter. Das ist er. mit Niki. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.